Für mich ist der Magdeburger Dom das bedeutendste Bauwerk, das ich überhaupt kenne. Und das von der ersten Sekunde an, als ich in Magdeburg ankam. Für mich ganz früh eine Erfahrung, durch den Dom zu laufen und diese gewaltige Höhe zu erleben und mittendrin zu sein in dieser Kathedrale. Der Dom ist, ich sag mal, die größte Bildfläche, die größte Leinwand, die ich mir vorstellen kann und halt das Symbol von Magdeburg, wir wollen den Magdeburger Dom zum Leben erwecken und wollen mithilfe von 3D-Animationen den Magdeburger Dom bewegen und verändern und in ein bestimmtes Licht rücken. Wir haben die Geschichte des Magdeburger Doms künstlerisch gestaltet, Schritt für Schritt vom Neubau bis zu unserer heutigen Form, bis hinein in die Zukunft. Und das projizieren wir dann mit Hochleistungsbeamern auf den Dom. Dafür haben wir den Magdeburger Dom gescannt in 3D, sind damit Drohnen drumherum geflogen, haben ganz viele 3D-Punkte gesammelt und haben ein virtuelles Modell erstellt und damit die Illusion erschaffen, dass sich der Magdeburger Dom verändert, bewegt und leuchtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017